Die Börsen sind dieses Jahr gut gelaufen, viele Rohstoffaktien sind aber schlecht gelaufen. Sie waren Underperformer, obwohl ja die Analysten gesagt haben, die Rohstoffpreise werden steigen und viele Rohstoffe werden auch langsam knapp. Was ist mit dem Rohstoff-Superzyklus, der angeblich kommen soll? Kommt der wirklich? Sind wir vielleicht sogar schon mittendrin? Und ist die Korrektur jetzt bei Rohstoffaktien möglicherweise eine gute Einstiegschance? Bin gleich wieder da. Godot. Jeder, der schon mal davon gehört hat, der weiß es natürlich. Auf Godot, auf den kann man lange warten, der kommt nie. Warten auf Godot ist absurdes Theater und hier geht es um Finanzmärkte. Insofern sind wir da auch nicht ganz falsch. Die Anleger, die warten ja auch auf das eine oder andere. Die warten auf Zinssenkungen, auf die Korrektur, auf den großen System-Crash und so weiter. Und viele Anleger warten aber eben auch sehnsüchtig auf den großen Rohstoff-Superzyklus. Der ist schon lang überfällig. Vor ein paar Jahren haben die Analysten gesagt, wir stehen da am Anfang von einem großen, langen Rohstoffzyklus. Und das hat den Anlegern natürlich den Mund wässrig gemacht. Und viele haben sich dann auch eingedeckt mit Rohstoffaktien bis zur Halskrause. Und genau das war aber falsch. Zumindest bis jetzt war es falsch. Hier auf zwei Jahre der GSCI Commodity Index. Das ist ein breiter Rohstoffpreisindex. Der Chart ist von Tradingview. Anfang 2022, da waren alle extrem Rohstoffbegeistert. Dann hat Russland auch noch die Ukraine angegriffen und die Rohstoffe sind noch mehr hochgeschossen. Und viele haben damals gesagt, das war aber erst der Anfang. Aber dann hat man gemerkt, die russischen Rohstoffe, die kommen anscheinend trotzdem irgendwie auf den Weltmarkt. Und seitdem geht es steil abwärts mit Rohstoffen. Und dazu kommen dann natürlich noch Konjunktursorgen und auch das schwache Wachstum gerade in China. Und umso bitterer ist das Ganze natürlich, weil ja der breite Aktienmarkt gleichzeitig gestiegen ist. Seit Anfang vom Ukraine-Krieg haben wir ihn hier. Das Orange ist eben jetzt hier im Vergleich dazu der Dow Jones Index. Der ist gestiegen, hat ja auch ein neues Rekord hoch erreicht vor ein paar Tagen. Und hier haben wir noch ein paar einzelne Industriemetalle auf ein Jahr. Die Grafik ist von der Financial Times. Am Anfang sah es noch ganz gut aus, aber nur zwei von denen haben sich ganz knapp ins Plus gerettet. Nämlich Zinn in hellgrün und Kupfer in dunkelblau. Aber Aluminium ist gefallen. Zink ist gefallen. Nickel ist extrem gefallen. Um fast 50 Prozent. Nickel, der super Rohstoff. Rohstoff unentbehrlich für Elektroautobatterien, hat es geheißen. Aber leider gibt es eben genug Nickel. Das ist von der ING. Angebot minus Nachfrage. 2021, da war der Markt wirklich noch unterversorgt. Aber dieses Jahr ist der Überschuss schon bei mehr als 200.000 Tonnen. Und nächstes Jahr ist er wahrscheinlich noch höher. Also nichts war es mit der großen Rohstoffrallye. Aber auf der anderen Seite kann man natürlich auf die Idee jetzt kommen, ob es da vielleicht Nachholbedarf gibt im Moment. Und ob das jetzt vielleicht auch eine gute Einstiegschance sein könnte bei Rohstoffaktien. Es gibt zwei Argumente für den großen Rohstoff-Superzyklus. Nummer eins. Ein Superzyklus ist ein Superzyklus ist ein Superzyklus. Wenn er mal läuft, dann läuft er richtig. Und zwar jetzt nicht nur ein oder zwei Jahre, sondern mindestens zehn Jahre und eher 20 Jahre. Und das zweite Argument, das kennen Sie alle. Es wird einfach zu wenig investiert in neue Minen, in die Erschließung von neuen Rohstoffvorkommen. Und dadurch haben wir zu wenig Rohstoffe in ein paar Jahren, sagt man. Das hört man allerdings auch schon lang. Es ist wahrscheinlich nicht falsch, aber ist es schon die ganze Geschichte. Nehmen wir mal das Paradebeispiel von einem Rohstoff, der ja angeblich immer knapper wird. Kupfer. Hier ein paar Schlagzeilen zu Kupfer. Der Kupferpreis könnte explodieren, schreibt Motley Fool. Und natürlich auch gleich die richtige Aktie dazu, die davon profitiert. In dem Fall BHP. Es ist auch ein großer Kupferproduzent, aber eigentlich trotzdem keine richtige Kupferaktie, weil Kupfer steht da nur für 15% vom Gesamtumsatz. Oder hier. Kupfer ist das neue Öl, weil man es ja so dringend braucht für die Energiewende, für Stromnetze, für Windkraftwerke, für Elektroautos natürlich auch. Elektroautos, das sind ja auch angeblich nur rollende Kupferbrocken. Aber trotzdem ist natürlich auch Kupfer gefallen. Hier haben wir es die letzten zwei Jahre von einem hohen Niveau aus zwar und auch unter Schwankungen, aber es ist gefallen. Weil natürlich auch die Kupfernachfrage oder gerade die Kupfernachfrage abhängig ist von der globalen Konjunktur. 50% von der Kupfernachfrage kommen normalerweise aus China, davon die Hälfte aus dem chinesischen Immobiliensektor. Der liegt am Boden. Insofern kein Wunder. Und plötzlich haben wir eben auch bei Kupfern Überangebot für nächstes Jahr. Das wird zumindest hier prognostiziert von der ING. Wer hätte das gedacht? Aber was noch viel bedenklicher ist, die Energiewende. Das Thema ist ja jetzt auch nicht ganz neu. Wir haben das schon seit vielen Jahren. Hier die Investitionen in alternative Energien. Die Grafik ist von Bloomberg New Energy Finance seit 2004. Die haben sich mehr als verfünfzehnfacht in der Zeit. Wir hätten also gleichzeitig auch ja eine wahnsinns Kupferpreis-Rallye haben müssen. Und zusätzlich haben wir dann ja im letzten Jahrzehnt auch noch riesige Infrastrukturinvestitionen gehabt in China. Plus bis 2018 da auch einen absolut boomenden Immobilienmarkt. Kupfer hätte also abgehen müssen, damals wie eine Rakete. Aber wie war es in Wirklichkeit? Hier die letzten 25 Jahre. Der Chart ist von Trading Economics. Konform zu den meisten anderen Rohstoffen ist es gut gestiegen. Erstmal bis 2011 ist dann aber genau in der Zeit, in der wir die große Nachfrage eigentlich hätten haben müssen. Da ist es abgesagt. Und es ist dann erst wieder gestiegen, so wie alles andere. Auch in der Covid-Pandemie. Das macht einen natürlich ein bisschen Misstrauisch. Das Ganze mit Kupfer, das haben Sie von mir ja noch viel ausführlicher bekommen in der letzten Hauspost. Kupfer, die Aussichten jetzt für die nächsten Jahre. Und natürlich auch gleich die richtigen Aktien dazu, die davon profitieren. Wer die Reports von mir noch nicht bekommt, sie sind gratis, die Reports, die Hauspost. Und Sie kriegen sie auf www.heinrichs-hauspost.de. Den Report zu Kupfer können Sie dann auch gleich sofort lesen, nachdem Sie sich eingetragen haben. Aber die gleiche Geschichte ja zum Beispiel auch bei Silber. Da erzählt man den Leuten ja auch schon seit Jahren. Der Silberpreis wird explodieren, weil man es für Solarzählen braucht. Und was war? Wir haben jetzt schon einen unfassbaren Anstieg gehabt bei den Solarinstallationen. Es hat Silber aber überhaupt nichts gebracht. Es ist die letzten zehn Jahre zwar auch gestiegen, aber es ist eben gestiegen, weil Gold auch gestiegen ist. Im letzten Jahrzehnt, als die Zinsen niedrig waren, als China gebrummt hat, da hätten wir auch schon einen Rohstoffboom haben müssen. Wir haben ihn aber nicht gehabt. Hier ist nochmal dieser GSCI-Index. Diesmal seit 1995. Er war erstmal sehr hoch vor und nach der Finanzkrise, ist dann aber 2014 abgesagt. Und auch erst ab der Covid-Krise ist dann die neue Rallye gekommen. Und ab 2014 hat er sich dann eben auch abgekoppelt vom Aktienmarkt. Und ich habe schon öfter gesagt, ich war damals relativ fassungslos, dass sich in so einem guten Umfeld die Rohstoffe trotzdem so schlecht entwickelt haben damals. Und darum bin ich heute auch einfach ein bisschen skeptischer, was das Thema betrifft. Und skeptischer eben auch als viele andere. Aber gehen wir mal zurück zu der Superzyklus-Theorie. Man kann jetzt ja sagen, wir haben einen Superzyklus gehabt, so ab 2000, der dann gelaufen ist bis 2014. Da ist er dann eingebrochen. Das Tief ist erreicht worden 2020. Und jetzt haben wir aber vielleicht den Beginn von einem neuen Superzyklus. Man muss sich aber auch fragen, was war das denn jetzt, dieser starke Anstieg von 2000 bis 2022? War der fundamental begründet? Haben wir da wieder einen starken Nachfrageschub gehabt oder Knappheit oder sowas? Es war natürlich alles andere als das. Es war Corona-Krise. Die Weltwirtschaft war am Boden. Und den Anstieg haben wir eben sehr wahrscheinlich nur darum gehabt, weil damals alles gestiegen ist, weil die Welt damals geflutet worden ist mit billigem Geld. Nur ist das wirklich das Fundament für einen neuen beginnenden Superzyklus, von dem gerade jeder redet? Ich würde sagen nein und ich würde auch sagen, das hier ist kein Superzyklus, sondern das ist eine kurzfristige Anomalie, kurzfristiger Spekulationsschub, der dann eben auch übergegriffen hat, kurz auf den Rohstoffsektor. Abgesehen davon, jetzt ist Geld nicht mehr billig und es gehen eben auch nicht wenige Analysten davon aus, dass das globale Wachstum nächstes Jahr nochmal zurückgeht. Und das ist natürlich auch nicht besonders gut für Rohstoffe. Und darum bleibe ich auch dabei. Ich finde Rohstoffaktien zwar schon interessant, aber ich würde sie vorerst nach wie vor nicht übergewichten, sondern ich wäre da erstmal noch ein bisschen vorsichtig. War das das, was Sie von mir jetzt hören wollten hier? Sehr wahrscheinlich nicht. Und man kann da natürlich auch ganz anderer Meinung sein, ist völlig klar. Aber seien Sie ehrlich, wenn Sie das auch verfolgt haben die letzten Jahre mit den Rohstoffaktien, da ist schon sehr viel Wirbel immer gemacht worden um Rohstoffe. Und fast jeder von den ganzen Experten hier, der hat Ihnen ja gesagt, Rohstoffe, oh, Kupfer, Nickel, Lithium, das ist alles das ganz heiße Ding, die können nur noch steigen. Und jetzt haben wir aber wieder mal den Salat und es war dann eben doch genau einer von den Sektoren, die stark underperformed haben. Gibt es trotzdem noch Hoffnung für Rohstoffe? Die gibt es absolut, würde ich sagen. Es ist zum Beispiel möglich, dass das Wachstum nächstes Jahr eben doch nicht stark zurückgeht, wie das manche befürchten. Und vielleicht erholt sich ja zum Beispiel auch die Wirtschaft in China. In einem Punkt hat China schon total überrascht jetzt, nämlich bei der Stahlproduktion. Die war jetzt plötzlich viel höher als erwartet. Und darum ist zum Beispiel Eisenerz jetzt auch auf einem neuen Jahreshoch, obwohl man Eisenerz vor einem halben Jahr ja noch mehr oder weniger totgesagt hat. Und wenn man glaubt, dass China sich überraschend wieder erholen könnte, dann kann man da mit Rohstoffen draufsetzen natürlich. Das Risiko ist dann auch geringer, als wenn man jetzt direkt in chinesische Aktien geht. Man hat aber natürlich auch nicht den gleichen Hebel dann. Und zu China-Aktien, da habe ich ja vor ein paar Wochen auch ein Video gemacht. Ich tue Ihnen den Link hier auch mit dazu. Und es gibt ja sowieso fast immer einzelne Rohstoffe auch, die sich dann auch mal abkoppeln können vom Sektor und die dann eben auch ein Eigenleben haben. Ein gutes Beispiel dafür ist Gold, selbstverständlich. Gold hat jetzt auch ein neues Rekordhoch erreicht, wobei Gold jetzt natürlich kein klassischer Rohstoff ist, sondern es wird schon eher gesehen als monetäres Metall. Und zu Gold habe ich auch ein aktuelles Video, sogar sehr aktuelles, erst eine Woche alt. Und ein absoluter Outperformer, das war natürlich auch Uran. Auch aus gutem Grund hier der 5-Jahres-Chart. Nur die letzten 12 Monate ist es nochmal um 69% gestiegen. Und dass es eine weltweit, eine globale, nukleare Renaissance gibt, darauf weise ich hier ja auch schon seit Jahren hin. Am besten abonnieren Sie gleich meinen Kanal. Wenn Sie dann noch auf die Glocke drücken, dann kriegen Sie meine Videos immer angezeigt gleich. Und dann sehen Sie auch, wenn für Sie was dabei ist. Dann muss ich die ganzen Videos hier, auf die ich verweise, auch nicht immer extra raussuchen. Ich mache das natürlich sehr gern für Sie, aber dessen ungeachtet zum Kanal-Abo geht es hier unten. Was ich relativ positiv noch sehe im Moment, das sind die fossilen Energierohstoffe. Hier zum Beispiel Brennöl, der Ein-Jahres-Chart. Da gehe ich davon aus, dass da die Nachfrage sehr wahrscheinlich schon unterschätzt wird für die nächsten Jahre. Der Verbrauch ist jetzt dieses Jahr wieder auf einem neuen Rekordhoch. Und gleichzeitig haben wir die OPEC Plus Staaten, die ja den Preis stützen wollen. Und hier aber zum Beispiel auch Kohle auf ein Jahr, der Newcastle Future. Da ist der Preis ja um zwei Drittel eingebrochen. Man versucht im Moment definitiv, dass man Kohle rausdrückt aus dem globalen Energiesystem. Aber bis jetzt ohne Erfolg. Auch da ist der Verbrauch auf ein neues Rekordhoch gestiegen dieses Jahr. Und gleichzeitig werden aber so gut wie keine neuen Kohleminen mehr genehmigt. Ist auch interessant. Und das ist der US-Erdgas-Future. Das sind jetzt fünf Jahre. Der ist auch massiv eingebrochen. Die Erdgasförderung in den USA, die war jetzt eben doch um einiges höher als gedacht. Ist nur die Frage, ob das mittelfristig auch so bleibt bei dem niedrigen Preis, den wir jetzt haben. Das ist spekulativ, aber ist vielleicht trotzdem auch nicht uninteressant. Und abgesehen davon, es gibt natürlich immer auch noch Einzelaktien im Rohstoffsektor, die aus einem bestimmten Grund dann vielleicht ja auch nach oben ausscheren. Das Thema Rohstoffknappheit, dass zu wenig investiert wird. Das ist was, das auch ich immer noch glaube. Ich gehe davon aus, dass das so stimmt, was uns da gesagt wird. Und darum, wenn jemand im Rohstoffsektor jetzt noch nicht besonders stark investiert ist, dann ist es jetzt wahrscheinlich sogar eine gute Gelegenheit, dass man in nächster Zeit jetzt auch mal ein paar Positionen aufbaut. Aber man muss eben trotzdem kritisch sein bei den ganzen tollen Storys, die einem immer erzählt werden über Superzyklen und so weiter. Das habe ich hier in den letzten Jahren auch immer wieder gesagt zu dem Thema. Und der Rohstoffsektor ist ein komplizierter Sektor. Es ist komplex. Das heißt auch, wenn man vielleicht mittelfristig, langfristig eine Konstellation hat, die interessant ist irgendwie, dann heißt es noch nicht, dass morgen schon der große Gewinn vor der Tür steht. Und jetzt steht sowieso erst mal Weihnachten vor der Tür. Und dass das kommt, das ist auch wahrscheinlicher, als dass Gondot kommt oder dass der Superzyklus kommt. Es ist auch fundamental besser begründbar. Und ich werde es die Tage jetzt auch ein bisschen ruhiger angehen lassen, so über Weihnachten und Neujahr. Da wird es hier dann von mir nicht so viele Videos geben, aber es werden noch welche kommen. Zum Beispiel wie immer der Börsenaufblick aufs neue Jahr. Jedes Mal wieder eine Herausforderung natürlich. Aber nach Weihnachten, da sind wir ja alle erholt wieder und haben den Kopf auch wieder frei. Da können wir uns dann solche Dinge eben auch wieder zumuten. Ich hoffe natürlich, dass Sie dann auch wieder dabei sind. Ich hoffe außerdem, dass Sie auch ein paar schöne, ruhige, angenehme Tage haben. Jetzt im Kreise Ihrer Lieben. Kleiner Tipp, reden Sie nicht zu viel über Politik da, sondern lieber über ganz andere Themen. Wie wäre es mal mit dem Kupferpreis? Warum nicht? Gibt es was Schöneres als weihnachtlich glänzendes Kupfer? Und als Diskussionsgrundlage, wie gesagt, da empfehle ich meine letzte Hauspost. Gratis, erhältlich auf www.heinrichs-hauspost.de. Man kann sich natürlich auch über einen Kupferpreis die Köpfe einschlagen. Aber gehen wir jetzt mal nicht vom Allerschlimmsten aus. Frohe Weihnachten Ihnen. Entspannen Sie sich. Lassen Sie es sich gut gehen. Bis bald und Dankeschön fürs Zuschauen. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Vielen Dank.